Hallo zu meinem Podcast Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder, mitten aus der Natur und darum geht es auch. Es soll einmal ein bisschen anders sein als bei den gewöhnlichen Podcasts, wo wir in einem stillen Kämmerchen sitzen. Ich möchte mich mitnehmen, raus in die Natur, zeigen, was man da alles finden kann, ob Heilkräuter, ob auch die Natur selber, was die alles Gutes für uns tun kann oder vielleicht auch das Wasser, wo ich jetzt gerade sitze. Vielleicht habt ihr Lust, Woche für Woche geht es raus mit Fräulein Grün in die Natur und es wird mich freuen, wenn wir uns hören. Bis zum nächsten Mal.